Um die Ereignisse rund um die Corona-Krise besser einordnen zu können, erlaube ich mir, den zeitlichen Rahmen der Betrachtung ein klein wenig zu erweitern. Denn schon seit einer ganzen Reihe von Jahren laufen öffentliche Debatten in Deutschland nach einem repetitiven, heißt sich stetig wiederholenden Muster ab. Politische Deutungen der gegenwärtigen Gegebenheiten und Strategien für die Zukunft, sie werden einfach absolut gesetzt. Alternativlos ist das neue politische Zauberwort. Die Politik erfährt dabei von großen Teilen der Wissenschaft, von sehr großen Teilen der Medienwelt und nicht zuletzt von größeren Teilen der Bevölkerung, Bestätigung und Unterstützung. Beim Versuch, bedeutsame Prozesse zu verstehen und einzuordnen, formt sich typischerweise eine bestimmte Erzählung. Ein Narrativ formt sich aus. Dieses Narrativ, das verbreitet sich. Und zwar vor allem auch dank medialer Multiplikation. Und es bestimmt nach einer Weile den öffentlichen Diskurs. Das Narrativ wird, man kann sagen, zu einem stabilen Muster. Die schon vorhin erwähnte Diskursverweigerung, sie sorgt dafür, dass keine Störeffekte entstehen können. Aus der Stabilität wird eine noch festere Rigidität. Und diese Rigidität, sie lässt sich kaum noch erschüttern. Aus einem Narrativ wird gleichsam Wahrheit. Und ich meine hier nicht ausschließlich den Umgang mit der Corona-Pandemie. Viele Themen der Gesellschaft erleiden dieses Schicksal, ob EU-Politik, Euro-Rettung, Energiewende, Minderheitenrechte oder Migrationspolitik. Die von offiziellen Stellen und die medialen Multiplikatoren vorgetragenen Fakten, die dieses vorherrschende Narrativ unterfüttern, sie werden dabei nicht einfach nüchtern, sozusagen nackt präsentiert. Nein, sie werden vielmehr in ein moralisches Gewand gehüllt. Diese Strategie hat zur Folge, dass all jene, die dem Narrativ folgen, dies mit der Gewähr tun können, auf der richtigen Seite. Sprich, auf der Seite der Guten zu stehen. Gut, klug, verantwortungsvoll, solidarisch, menschlich und tolerant. Wer möchte all das nicht sein? Insbesondere dann, wenn der Beitritt zum Bund der Guten ohne große, persönliche Opfer vonstatten gehen kann. Wer kann und möchte sich wirklich vorstellen, wie es wäre, wenn man die eigene, moralisch vermeintlich so hoch stehende Position mit der eigenen Gesundheit, mit der Gesundheit geliebter Menschen, mit dem persönlichen sozialen Status oder der eigenen wirtschaftlichen Existenz bezahlen müsste. Die moralische Weihe, die man sich im Bund der Guten gegenseitig gewährt, sie führt zugleich dazu, dass diejenigen, die hier widersprechen, mit eher weniger positiven Attributen belegt werden dürfen. Egoistisch, unsolidarisch, intolerant, dumm oder gar unmenschlich. Von der unsäglichen Du-bist-Rechts-Keule wollen wir gar nicht erst reden. In einer Diskurslandschaft, die sich an den Werten der Aufklärung orientiert, stehen nicht Haltung und moralische Gesinnung im Mittelpunkt, sondern das gute Argument. Das gute Argument, das sich stetig an der Realität zu messen sucht. Zahlreiche zur Wahrheit geronnene Annahmen. Annahmen, die sich mit Hilfe medialer Multiplikation in den Hirnbindungen der Menschen einschreiben konnten. Sie werden von eben dieser Realität häufig dann doch als fehlerhaft entlarvt. Die Korrektur wird dann zum Schutz des eigenen Narrativs so gut wie möglich vermieden. Aufkommende kognitive Dissonanzen, sie werden elegant negiert. So wurde zum Beispiel die Aussage, dass Ungeimpfte verantwortlich sein für den Tod anderer Menschen lange aufrechterhalten und zu keinem Zeitpunkt offiziell relativiert. Die Einseitigkeit dieser Behauptung entbehrte jeder wissenschaftlichen Grundlage. Doch Ungeimpfte konnten so zu unsozialen Gefährdern erklärt werden. Sie auszugrenzen, zu beschimpfen und zu Sündenböcken zu erklären, wurde schier zur Bürgerpflicht. Die Teile der Wissenschafts-Community, die dieses ungeimpfte Narrativ offensiv und mit aggressiver Konnotation mittrugen, sie gaben, gewollt oder ungewollt, der Entwertung von Menschen ihren fachlich-wissenschaftlichen Segen. Zeitgleich führen politisch Verantwortliche vor, wie sehr sie in der Lage sind, kognitive Dissonanzen in ihrem Weltbild zu ignorieren. Dieselben Politiker, die immer noch nicht müde werden, vor dem lauernden Tod durch Corona zu warnen, sie priesen zugleich ihren großen Wurf, das 9-Euro-Ticket. Menschen stapelten sich in übervollen Zügen, Stirn an Stirn, Nase an Nase, taten dies aber mit einer schiefsitzenden Maske. Es lebe das Glaubensbekenntnis. Das 9-Euro-Ticket mit Massenaufläufen an Bahnsteigen und zusammengefärchten Menschenmengen in Zügen bei gleichzeitiger Empfehlung zur Distanz und zum Maskentragen. Die selben Politikerinnen, hier gilt es die weibliche Form sehr wohl zu betonen, die eben gerade noch im Bundestag leidenschaftlich für eine harte Maskenregel kämpften, produzieren diese Bilder. Erstgenanntes Beispiel grenzt ans Absurde. Und das sage ich nicht zuletzt als leidenschaftlicher Bahnfahrer. Das Zweitgenannte offenbart so vieles, dass keiner weiteren Worte von meiner Seite bedarf. Und übrigens, die Tatsache, dass mit Einführung des 9-Euro-Tickets mehr Menschen wieder mit dem Auto fuhren, ficht unsere politisch Verantwortlichen natürlich nicht an. Menschen, deren Selbstbild sich so sehr von moralischer Erhabenheit durchtränkt, zeigt, lassen sich von der schnöden Empirie doch nicht aus der Ruhe bringen. Auch das gilt nicht nur für das Thema Corona, sondern zeigt sich hochaktuell als Muster in sehr, sehr vielen wichtigen Politikfeldern.